Einen wundervollen Montag hier in die Runde. Ich hoffe, ihr seid, oder wir hoffen, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. Wir haben hier schlag 16 Uhr und 14 Minuten am 7. Oktober und heißen euch recht herzlich willkommen zu unserer Montagsepisode hier mit einem Thema, was uns schon lange, lange begleitet irgendwie. Es auch immer irgendwie aufs Papier kommt, das Thema Gesundheit, was es auch viel mehr mit unserer Profession zu tun hat, wo wir uns auch berufen fühlen, ohne abgehoben daherzukommen oder so. Sondern einfach, was haben wir selber festgestellt, wir nehmen ja alles selber wahr und was kann man proaktiv auch machen. Das ist halt immer der springende Punkt, erst abwarten, bis was passiert oder kannst du schon vorbeugen, vorbauen und so weiter und so fort. Aber da hat die Jenny wahrscheinlich einen ganz anderen Hottake mitgekommen. Na, also ähnlich wie letzte Woche ist es so ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass als wir, wie Thomas so genannt hat, mit unserer Profession angefangen haben, war das so ein Thema, wo sich wirklich super wenige Leute, zumindestens in unserem Umfeld, noch damit beschäftigt haben. Klar, Gesundheit ist es A und O, man sagt es immer so lapidar, aber es war einfach nicht so das Thema. Also, dass Gesundheit im Darm anfängt, da mussten wir ziemlich, ziemlich viele Leute aufklären und ich muss auch sagen, die Leute haben es verstanden und machen auch tatsächlich wirklich mindestens ein bis zweimal im Jahr wirklich eine Darmkur, was schon mal ein Fortschritt ist, aber so das Thema alternative Medizin, also sprich zum Heilpraktiker gehen, zum Osteopathen gehen. Vielleicht sich auch mal drum kümmern, was kann man noch nebenher tun, was betrifft unsere Lebensmittel, Lebensmittel, inwiefern sind die denn noch gesund, auch Gemüse, ist unser Wasser gesund? Also, so diese ganzen Themen, die waren für die Leute wirklich fremde Dörfer und wenn wir, sage ich mal, vor Jahren, wo wir angefangen haben, zu Leuten gesagt hätten, naja, also jeder hat einen Vitamin-D-Mangel, dann hätten die Leute uns noch einen Vogel gezeigt oder gefragt, was ist denn eigentlich Vitamin-D? Und heute muss man wirklich schon ganz klar sagen, man sieht es ja auch an der Werbung, die man gezwungenermaßen ja auch bei Amazon jetzt gucken muss, dass immer mehr Werbung gemacht wird für das Supplementieren von Vitamin-D zum Beispiel. Wie gesagt, war meiner Meinung nach vor einem Jahr zwei noch so ein Ding, wo dann jeder gesagt hat, hä, wieso, weshalb, warum? Also die Entwicklung, die wir da genommen haben, ist schon drastisch. Finde ich gut, dass die Leute da mehr aufgeklärt sind, dass man supplementieren muss. Aber mir ist auch aufgefallen, dass sowas wie Werbung für Diabetes-Produkte enorm zugenommen haben. Also ich kenne das gar nicht aus meiner Kindheit, dass dafür Werbung gemacht wird. Klar, hatte schon immer irgendwie die Omas gefühlt oder die Opas Diabetes. Man hat dann immer so gesagt, all das Diabetes. Aber dass viele junge Leute das gehabt haben oder dass da Werbung für gemacht wurde, für irgendwelche, sag ich mal, wie nennt man das, Sensoren oder Prüfgeräte. Also das ist mir halt gar nicht aufgefallen. Und ja, das ist so ein Thema wie das letzte Woche, dass plötzlich alle über das Auswandern reden. So reden auch plötzlich alle über das Thema Gesundheit, also über die Unzufriedenheit mit den Ärzten. Weil jegliche Behandlung, die man macht, also A, man wird nicht mehr richtig untersucht, B, man muss für alles bezahlen. Aber eben auch das Thema, dass immer mehr Leute auf alternative Medizin zurückgreifen und die kostet natürlich ordentlich Geld. Und das heißt wiederum, ich sag mal so, es war immer so, wenn es früher eine Diskussion gab, gerade auch, sag ich mal, unter Migranten, war immer so ein ausschlaggebender Punkt, warum Leute nach Deutschland, also warum Deutschland so attraktiv war, auch das Gesundheitssystem. Also einmal, weil wir bekannt waren für gute Ärzte, aber auch das Zweite, weil wir ein gutes Krankenkassensystem hatten, sag ich jetzt bewusst hatten. Weil wir haben das gleiche System immer noch. Wir zahlen gefühlt super viel dafür, aber müssen trotzdem alle noch meistens beim Arzt eine Extraleistung zahlen, was ich halt schon in den letzten Jahren, muss ich sagen, krass finde. Also wenn man mal von den 10 Euro Praxisgebühr gesprochen hat, das war ja alles noch okay. Aber mittlerweile finde ich die Rechnung, die man von Ärzten vorgelegt bekommt, einfach, ich muss ehrlich sagen, eine Frechheit für das, was man monatlich sowieso schon dafür zahlt. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt von unserer Profession, man braucht einfach dieses Extrageld. Aber ich habe jetzt viele Themen in den Raum geschmissen, um was es hier gehen soll, wir können es ja mal nach und nach abarbeiten. Vielleicht kann der Dommer ja mal seine 5 Cent dazugeben. Also ich, also ich habe jetzt hier nicht die volle Information für alle, die dann auf die Goldwaage legen, auch in unserem letzten Podcast über das Thema, wo es uns Thema auswandern, also Kinders, da muss ich auch schon mal ein bisschen kurz abholen. Das Thema Auswandern war nicht speziell auf uns gemünzt, sondern vielmehr, wie die aktuelle Lage ist oder wie sich die Lage die letzten Jahre entwickelt hat und wie der Trend halt eben ist. Das sage nicht ich, dass 100.000 Leute jedes Jahr abwandern, das sagen die aktuellen Zahlen. Aber genauso muss ich halt eben jetzt auch mal in die Runde werfen, das Thema Gesundheit. Es steht und fällt mit der Legislative, mit der Regierung, mit den Gesetzmachern, Gesetzgebern. Ich glaube nicht, dass ein Arzt das gerne so macht, mit seinen Patienten, dass er die nicht richtig behandeln kann oder nicht richtig behandeln will. Vieles ist auch so gesteuert. Während der letzten vier Jahre haben sie auch massiv Krankenhäuser abgebaut. Vor ein paar Wochen habe ich wieder einen Bericht gelesen, es werden nach wie vor weitere Krankenhäuser abgebaut. Stell dir mal vor, hier in Grünstadt, das Krankenhaus ist weg. Was ist denn das Nächste? Was fällt denn dir ein? Also wo haben wir das nächste Krankenhaus? Ludwigshafen? Ludwigshafen, Dorn, ich glaube Frankenthal, Kaiserslautern. Aber bis dahin ist alles schon, jetzt hast du mal dumm gesprochen einen wirklichen Notfall, dann ist es gelaufen. Dann bringt dir auch kein Hubschrauber irgendwas, weil der auch ordentlich fliegen muss. Also ich will jetzt auch nicht zu breit reden, das ganze Thema. Aber vieles, was wir auch schon behandeln, schon seit Jahren. Also ich will was zu dem Thema Krankenhaus sagen, jetzt wo du das sagst, jetzt ist mir gerade hier meine 5 Cent gekommen. Also ich bin selber Betriebswirt und aus eigener Erfahrung, sag einem Betriebswirt, er soll Zahlen bringen und ich gebe dir Brief und Siegel, er wird dir die Zahlen bringen. Nur wie ist halt immer das Thema. Also man kann jede Zahl, die man gerne hätte, irgendwie hinbekommen, aber die Frage ist halt einfach wie. Und wir reden in einem Krankenhaus einfach von Menschenleben. Also wir reden nicht davon, dass wir irgendwelche Produkte verkaufen oder irgendwelche Produkte produzieren, sondern wir reden davon, dass Menschenleben von etwas abhängig sind. Und es ist einfach nur eine Katastrophe, dass Krankenhäuser so extrem auf ihre Zahlen gebenchtmarkt werden, dass die privatisiert wurden. Meiner Meinung nach ist eine Katastrophe. Alles gut, dass auch in einem Krankenhaus wirtschaftlich gearbeitet werden muss, dass man da auch gucken muss, okay, welche Produkte kaufen wir zu, mit welchen Medikamenten arbeiten wir, mit welchen Geräten, was haben wir für Personal, was verdient das Personal, wie wird geputzt, wie wird gekocht. Alles gut, dass man da auch ein bisschen gucken kann und einfach gucken kann, dass es ein bisschen wirtschaftlicher wird. Voll und ganz in Ordnung. Aber dass man wirklich so immens an der Qualität, dass die Mitarbeiter richtig wirklich fix und fertig sind, weil sie nur noch Überstunden arbeiten müssen, weil einfach keiner mehr auch das machen möchte, dass es einfach Essen gibt. Leute, wart ihr selber mal im Krankenhaus und habt das Essen essen müssen? Das ist eine Frechheit. Also wenn man überlegt, Leute sind krank, die brauchen vielleicht eine krankheitsentsprechende Nahrung. Und sorry, dass ich das jetzt so sage, aber den Fraß, den man da hingestellt bekommt, das ist ja furchtbar. Und das sind so Sachen, wo ich mir sage, ich weiß nicht, wo soll das hinführen, wenn wir wirklich mit Menschenleben spielen? Also weiß ich nicht. Sorry, das waren jetzt mal meine fünf Cent zum Thema Krankenhaus. Ja, das Ding ist also für mich relativ einfach zu beantworten, auch mit der Rechnung diverse, wie politisch wollen wir das hier gestalten, ohne dass wir irgendwo abschweifen oder irgendwo reingerückt werden. Da werden Milliarden rausgepumpt in Kriege, die uns nichts angehen oder wir eigentlich auch komplett anders agieren sollten. Das Geld könntest du gut für Rentenlücken benutzen, das Geld könntest du gut für das Thema Bildung benutzen, das Geld könntest du gut für das Thema ganze Medizin und Gesundheitsförderung, Medizinsektor. Da könntest du halt eben auch diese zig Milliarden, hunderte Milliarden reinballern. Wird nicht gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer da immer den Finger drauf hält, dass das so durchgewunken wird. Ich kann es mir nicht beantworten. Es müssen irgendwelche Lobbys sein, die sich da gegenseitig in die Hand wirtschaften. Ich ziehe jetzt auch keinen Aluhut auf oder irgendwas. Es ist einfach so für mich offensichtlich, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass es nicht stimmt. Auch das ganze Thema Wahlen, wie das jetzt auch alles ausgedrückt wird. Am Wochenende haben wir auch einen Freund getroffen aus dem Osten, aus der Nähe von Erfurt. Da reden die jetzt die ganze Zeit über den braunen Osten wieder. Da gab es eine Geschichte anscheinend, dass ein Pärchen auf der Durchreise war Richtung Tschechien und die wollten dann nicht im Osten übernachten, weil die Angst haben vor den Rechten. Und das will ich jetzt auch mal kurz in den Raum werfen, obwohl das wirklich gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich bin wirklich halb deutsch. Mein Vater ist deutsch, meine Mutter ist chinesisch-malaysisch. Und gestern hatten wir auch das Gespräch darüber auch gesagt. Ich war sechs Jahre beruflich im Osten tätig. Also ich habe da gearbeitet, habe da einen Zweitwohnsitz gehabt. Und ich muss ganz klar eins sagen, ich wurde als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener hier im Westen auf jeden Fall mit Rassismus mehr als nur einmal konfrontiert. Aber noch niemals im Osten. Das muss ich wirklich jetzt mal so sagen. Also ich wurde als Kind gehänselt. Ich wurde als Jugendlicher bestimmt gehänselt. Man hat hier auch mal mit Rechten zu tun gehabt. In den 90ern, sage ich mal, wo das so ein bisschen so ein Hoch hatte. Aber im Osten hat mich noch nie einer in diese Richtung irgendwie dumm angepöbelt. Ich will das nur einfach mal sagen. Also ich habe mich auch nie irgendwie bedroht gefühlt. Das Einzige, was ich halt eben sagen kann, natürlich ohne Beweisführung, ja, weil alle Leute immer Beweise brauchen, aber es ist mir so widerfahren. Ich brauchte einen Termin beim Orthopäden, weil ich halt wieder eine Bandenscheibe vorfahre, L4, L5. Die Leute kennen sich aus, das ist unangenehm, Ischers, Schmerz und so weiter. Da wurde mir zunächst ein Termin zugesagt. Und dann wiederum beim zweiten Nachfragen meines Nachnames oder wie ich heiße, da wurde mir doch empfohlen, mich doch anders, anderweitig umzuschauen und mir einen anderen Arzt zu suchen. Also das habe ich erlebt. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich will da auch nicht, ganz ehrlich, ich bin, wo meine Wurzeln sind. Dort bin ich ein Deutscher, hier bin ich ein Ausländer. Irgendwie bin ich Esperanto-mäßig unterwegs, ja. Nirgendwo zu Hause, aber auf der Welt. Deswegen ist es für mich jetzt auch gerade keine Diskussion. Aber was ich sage wohl, in letzter Zeit bekomme ich da so ein paar Videos angespült. Über Instagram in dem For-You-Feed, wo jetzt massiv über das Mikrobiom gesprochen wird. Also quasi Darmgesundheit. Das, was wir schon seit sieben, acht Jahren... Seit über 45 Jahren. Ja, aber auch die Produkte, die da halt eben förderlich sind für eine Darmflora. Jetzt geht da ein Typ viral, so gefühlt. Und alle springen mit auf auf dem Bandweg. Finde ich halt eben lustig, weil dem wird die Expertise nicht abgesprochen. Aber uns versucht man, die Expertise abzusprechen. Keine Ahnung, soll ich mir jetzt hier irgendwie ein Guru-Gewand anziehen, so ein Dreadlocks mäßig anziehen und jedes Mal hinten noch eine Räucherkerze anmachen, damit man mir irgendwas abnimmt. Keine Ahnung. Ich habe meine diverse Zertifikate, auch was Thema Orthopädie angeht, Thema Sport und Fitness, Bewegungsapparat. Ich kenne mich da ziemlich gut aus, auch wenn ich nicht unbedingt danach aussehe. Aber dann sehe ich sowas, wo... Ja, aber man muss jetzt auch mal dazu sagen, wir sehen nicht danach aus, weil wir eben gesundheitlich in den letzten Jahren einiges zu schleppen hatten. Das wollen wir jetzt auch nicht ausbreiten, das Thema, was das bei uns war. Irgendwann werden wir mit Sicherheit darüber sprechen, aber im Moment definitiv noch nicht. Deswegen können wir ja auch sagen, dass es nichts Wichtigeres gibt, wie gesund zu sein. Es ist einfach so. Ja, und auch Themen, sowas wie Stress zu nehmen, der Stress, das Thema Burnout, also auch Thema Depression, darüber wurde ja viel gelächelt und viel gelacht. Aber machen wir uns doch nichts vor, wie viele sich einfach ablenken, ich komme wieder aufs Thema zu sprechen, sich sedieren, sich freiwillig betrinken, laufen oder andere Substanzen konsumieren, nur damit sie sich halt diesem Stress entziehen oder mal diesen Stress kurz vergessen. Aber an Prävention wird da nicht gedacht. Da wird nur an die nächste Party gedacht. Und dann sind wir in diesem Teufelskreis drin. Du ruinierst deinen Körper. Wir haben auch neulich wieder Storys gehört, was Alkohol dem Körper anrichten kann und antun kann. Und das auch unwiderruflich. Da geht es nicht darum, dass du mal in der Woche nichts trinkst und dann wieder von vorne anfängst. Nein, dein Körper sagt Ciao auf lange Sicht und du bist dann irgendwann, also auch eher schneller wieder weg vom Fenster. Thema Prävention wird drüber gelacht. Thema Prävention, Burnout wird gelacht. Thema Prävention meinte ich gerade eben, die eigene Gesundheit zu fördern. Vitamin D, aktuelle Zahlen besagen dir, das haben wir auch jede Woche irgendwo im Gespräch, dass über 40 Prozent der Mitteleuropäer, beziehungsweise Europäer, einen Vitamin D-Mangel haben. So, jetzt kommt dann irgend so eine Kati Witt. Das war doch diese Eiskunstlaufprinzessin. Jetzt macht sie für Vigantul Witt Werbung. Deutschland fehlt das D. Denke ich mir, was D für dick oder was? Was fehlt? Vitamin D. Nicht nur den Deutschen, sondern 40 Prozent der Europäern. Und auf einmal wird es ein interessantes Thema. Aber das Ding ist ja, die Leute wollen ja dann nicht wissen, die Leute wollen wissen, okay, Vitamin D ist gut, Knochen und was weiß ich nicht, Sonnenvitamin. Wobei es eigentlich ein Vitamin ist. Es ist ein Hormon, was über die Haut gebildet wird. Also über die Lichteinstrahlung, über die Haut wird das dann produziert. Und dann, die lassen sich beim Arzt nicht mal irgendwie ein Blutbild machen. Nein, die nehmen dann ein Bild drauf los. Dann haben sie Probleme mit den Nieren. Dann haben sie Probleme hier und da. Dann haben sie eine Vitaminose, eine Vitaminvergiftung. Weil sie sich einfach heillos was reingeballert haben. Ich sage, so wie es ist, wir sind hier keine Heilgurus oder irgendwas. Ich komme mit dem Zauberstab und sage, jetzt bist du gesund und so und so. Hast du es zu machen? Mach dir ein Blutbild. Lass mal einen Check machen. Und ich sage auch, mach ein monatliches Blutbild. Weil alle halb Jahre geh weg. Aber auch musst du mal ein bisschen vergleichen, was die Werte angeht. Weil die Franzosen haben andere Werte. Andere Grenzwerte oder andere Richtwerte, besser gesagt. wie viel Mikro Milligramm bei dir im Blut sein sollte an Vitamin D und Vitamin D, ja. Informiere dich da, aber lass dich mal gründlich durchchecken. Lass auch mal ein EKG machen. Vielleicht hast du da auch Aussprünge, irgendwas. Auch wenn du dich fit und vital fühlst, kann immer irgendein Problem sein, wo du halt eben weißt, ey, jetzt habe ich hier mal eine Ist-Analyse und dann kann ich darauf aufbauen. Ja, und hör auf bitte, laufen dir irgendwelche Medikamente reinzuballern. Machen wir uns auch nichts vor. Ja, moderne Medizin hin oder her. Aber die Medizin, wo sie herkommt, hat immer einen natürlichen Ursprung. Ja, wie das Penicillin gefunden wurde oder erfunden wurde, ja. Und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte kommt aus der Naturheilkunde. Ja, moderne Medizin. Und warum bist du dann in der Lage zu sagen, das stimmt alles nicht? Ja, keine Ahnung. Wer ist jetzt wieder viral gegangen? Auch wieder so ein Guru-Typ. Der hat da sechs Tassen Tee. Dann hast du dieses Problem, dann schenkt er einen Kamiletee ein. Du hast dieses Problem, dann macht er einen schwarzen Tee. Ja, lauter so Videos bekommst du vorgespult. Also. Ja. Also. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich habe immer gewartet, dass du jetzt mal aufhörst. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich da wieder reingepedert in das Ganze. Ja, nee. Also auf jeden Fall. Das Thema ist einfach das, solange du kein Problem hast und nicht krank bist. Ich glaube gleich mal, ist es ja alles noch lustig, ne? Ist es ja alles noch bla bla, was wir hier machen, ne? Also. Fakt ist, das sage ich mal, aber wenn du krank bist und ein Problem hast, dann wird das wirklich ein krasses Problem, weil du kannst noch so reich sein und noch so viel Geld haben. Gesundheit kannst du dir einfach nicht kaufen und wenn du einfach, wenn ein Arzt einfach keine Lösung für dich hat und das Problem an unseren Ärzten ist einfach das, ich meine, ich will ja gar nicht den Ärzten die Schuld geben, dass die das böswillig machen. Wahrscheinlich, die sind ja auch geknebelt, die haben keine Zeit, die müssen immer mehr Patienten behandeln, bekommen ja auch immer weniger Geld, sage ich mal, ja. Aber letzten Endes ist es so, wenn du zum Arzt gehst, der sucht mit dir nicht nach der Ursache. Der Arzt, der gibt dir ein Mittel gegen, sage ich mal, die Auswirkungen, die du hast. Ich habe Kreuzweh, okay, Ibuprofen, aber der sucht nicht mit dir, warum hast du dieses Kreuzweh. Und das ist ja alles auch noch ganz spaßig, solange es halt nur ein bisschen Kreuzweh ist und es noch verkraftbar ist. Aber wenn wir dann in ernsthaftere Krankheiten gehen, egal ob das jetzt, sage ich mal, Krebs ist, ob das Morbuschrom ist, ob das irgendwelche Hauterkrankungen sind, ob das Migräne, richtige Migräne ist, ob das Kinderlosigkeit ist, egal, was man ansprechen möchte, wenn das wirklich ein Problem ist, dass du hast ein Leiden, wo du deinem normalen Alltag in der Familie oder auch im Job nicht mehr nachgehen kannst, dann hast du ein Problem. Und dann würden solche Menschen fast alles dafür geben und tun, um gesund zu werden. Aber oftmals mangelt es dann am Geld. Und wir haben einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst dir einfach neben, also du kannst einfach ein zweites Standbein aufbauen und kannst einfach gucken, dass du auch immer mehr verdienst und das zu deinem Ersten wird, dass du solche Fragen nicht mehr hast. Und wir haben aber auch Dinge, die einfach präventiv dir helfen können, dass du vielleicht so weit gar nicht kommst. Vielleicht, wie gesagt. Also kommt immer drauf an. Also von daher zwei gute Dinge. Aber ich muss euch eins sagen, das Schlimme ist, wenn ich wirklich so an, wie gesagt, ich bin ein halbes Migrantenkind und ich bin auch mit vielen Ausländern groß geworden und als Kind, wenn ich so saß mit am Tisch der Erwachsenen, ich war halt ein Einzelkind und die sich unterhalten haben, dann war so ein Pro-Thema, was die Ausländer, sag ich mal, könnt ihr mir wahrscheinlich dann zustimmen, alle die, die das auch kennen, immer gesagt haben, Deutschland, wir sind nach Deutschland gekommen oder Deutschland, das Besondere an Deutschland ist wirklich das Gesundheitssystem. Es gibt hier gute Ärzte, dir wird geholfen und die Krankenversicherung, wie gesagt, dass halt jeder ein Recht hat auf Hilfe und jeder ein Recht hat auf ärztliche Versorgung. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich, egal zu welchem Arzt und ich meine, ich gehe tatsächlich leider nicht oft, Gott sei Dank, toi toi toi, nicht oft zum Arzt, aber egal, was ihr machen wollt, ich finde, es wird so unverschämt teuer. Also alleine das Thema Zahnarzt, da könnte ich mich reinsteigern, was du beim Zahnarzt bezahlen musst für eine Krone oder für eine Füllung. Ich weiß nicht, ich bin früher zum Zahnarzt gegangen und ich habe kein Amalgan in meinem ganzen Mund nicht. Also meine Oma hat immer darauf geachtet, dass ich Plastikfüllungen bekomme oder Kunststofffüllungen, wie man es nennen mag und das hat nichts gekostet. Heutzutage brauchst du irgendwie, keine Ahnung, hast ein paar Löcherkriegs gebohrt, 300 Euro, 400 Euro Rechnung und ich frage mich, der normale Otto-Normalverbraucher da draußen, der ganz normal arbeiten geht und vielleicht auch noch Kinder hat, wie soll der einfach mal so 400 Euro für die Zähne jetzt bezahlen? Ich meine, das sind dann hier mal einfach so 1000 Euro für die Nebenkostennachzahlung, dann hier sind es einfach mal, was weiß ich, wie viel Euro, was man fürs Auto vielleicht noch rechnen muss und dann hat man hier noch, sage ich mal, den Zahnarzt. Und es geht ja immer so weiter. Ich bin Brillenträger, wenn ich zum Augenarzt gehe, einmal kann man ja grüner Star und grauer Star vorbeugen machen, ist bei mir in der Familie, zahlt man, keine Ahnung, 80 Euro. Will ich einen Sehtest, um zu sehen, wie die Stärke meiner Augen ist, dass ich eine Brille kaufen kann, muss ich diesen Sehtest beim Augenarzt extra bezahlen. Gehe ich zum Frauenarzt, will eine Krebsvorsorge, was ich auch wirklich jedem raten will, kostet mich das auch 80 Euro. Zahnarzt habe ich gerade schon gesagt. Jetzt habe ich einen Rückenleiden, gehe zum Arzt, dann gibt er mir eh nur Ibuprofen. Also sage ich, okay, komm, ich gehe lieber zum Osteopathen, der kann mir helfen, bezahlst du für die Sitzung, 100 Euro Erstaufnahme, 80 Euro jede weitere Behandlung. Dann willst du wirklich die Ursache finden für ein Problem, das du hast und sagst, okay, die normale Medizin, die Schulmedizin kommt hier nicht mehr weiter, kriegst empfohlen, komm, geh mal zum Heilpraktiker. Natürlich will der auch sein Geld, 80 Euro mindestens die Stunde muss er da auch rechnen und dann kommt noch darauf an, was für eine Behandlung du machen lässt. Und das sind alles Dinge, die sind wirklich notwendig und die sind wichtig und es ist wichtig für diese Dinge, Geld zu haben. Wie Domagoj gesagt hat, Blutbild, das einfachste der Welt, kleines Blutbild, großes Blutbild, meiner Meinung nach, bringt gar nichts. Du musst eigentlich wissen, wie sind die Aminosäurenwerte in meinem Blut, wie sind meine Vitamin D wert, wie ist vielleicht meine Schilddrüsen wert und nicht nur der obere und der untere, sondern es gibt zig verschiedene Schilddrüsenwerte, die man vielleicht wissen muss, einfach um verschiedene Leiden zu klären. Okay, willst du Vitamin D Spiegel messen lassen? Kostet alleine nur das Vitamin D Messen, glaube ich, zwischen 80 und 100 Euro. Aber, wie Domagoj gesagt hat, der Vitamin D Mangel, das ist jeder, also mehr wie jeder Zweite hat einen Vitamin D Mangel, weil wir halt einfach zu wenig Sonnenschein haben, wir leben halt in der Region und wir natürlich in unseren Häusern viel zu viel sind und zu wenig draußen. Also von daher müsste es ja eigentlich jeder gemessen bekommen, das Vitamin D, weil mit dem Vitamin D ist natürlich auch so, es erklärt dir ja dann auch keiner, du solltest Vitamin D nehmen, was mit K2 in Verbindung ist. Also ich meine, das kann dann doch mal alles genauer erklären wie ich, ja. Oder man kann sich auch bei Vitamin D, man kann da auch übersupplementieren und kann da Nierenleiden bekommen und das sind alles Themen, die bekommt man ja gar nicht gesagt. Und manchmal ist es so, dass Leute, also meine Tante, wie gesagt, die hatte so einen drastischen Vitamin D Mangel und ihr ging es auch nicht gut. Also die hatte übelst Kopfschmerzen, sie war schlapp, es ging ihr einfach nicht gut und es lag einfach nur am Vitamin D. Ich habe mich mit einer Arzthelferin unterhalten, aber auch mit einer Heilpraktikerin und die sagen, es gibt Leute, es gibt Leute, die sind so müde und so kaputt, dass die Ärzte sagen, oh, ich glaube, sie haben einen Burnout und sie müssen in die Klinik. Dann haben sie ein Blutbild genommen und haben einfach gesehen, es ist ein Eisenmangel. Aber einen Eisenmangel, den kriegst du nicht mit diesen Brausetabletten vom DM wieder hoch, da brauchst du ein halbes Jahr, bis du deinen Eisenspeicher wieder aufgebaut hast und dafür muss man manchmal dann schon Infusionen nehmen, wenn man einen drastischen Eisenmangel hat oder eben hochdosiert Eisen. Jetzt hat aber Eisen das Problem, wenn du einfach Eisen supplementierst, dass du dann vielleicht vom Stuhlgang Probleme bekommst, weil es den Stuhl hart macht, aber es gibt auch welche Supplemente, wo das nicht machen. Also das sind alles so Sachen, das weiß kein Mensch und da hat mir diese Arzthelferin wirklich gesagt, der Patient war schon kurz davor, wirklich in die Klinik zu gehen, wegen Burnout und es war tatsächlich ein Eisenmangel. Also und das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, A, wir brauchen Supplemente, wir brauchen Produkte, die unseren Körper und die Gesundheit unterstützen, aber wir brauchen auch das Geld, um auf diese Ursachenforschung gehen zu können und das ist exorbitant wichtig, dass man einfach da gute Adressen hat. Ja und ich meine mal, wer jetzt sagt, Supplemente, die brauche ich ja gar nicht, da beiße ich doch in meinen Apfel rein und dann habe ich genug, ja ist es auch hier wieder Pusteblume und Pustekuche. Weil auch hier von der lieben Bundesregierung, ihr seid ja alle immer Fans davon oder viele sind Fans davon, wenn dann auch was validiert wird oder wenn es dann ein Pamphlet gibt, was man sich herunterladen kann, auch gegen ein beliebtes Entgelt, ist es halt eben auch so, dass es da auch Abhandlungen gibt beziehungsweise auch Charts und Trends, wie viel Vitamine oder Nähr- und Vitalstoffe diverse Lebensmittel über die letzten 20, 30 Jahre verloren haben. Allein durch die Denaturalisierung oder auch diese Übersäuerung der Böden, wo es auch angepflanzt wird, Bäume und was weiß ich nicht, alles, was da alles dazu gehört zu diesem Ökosystem, ist halt eben einfach nichts mehr oder nicht mehr im größten Umfang enthalten. Ja und natürlich kannst du jetzt diesem Doktor glauben, du kannst jetzt dem Doktor glauben, du kannst mir glauben, du kannst glauben, was du willst. Am Ende ist es ja eh deine Wahrheit, aber ich bin der festen Meinung, dass du um Supplementieren nicht drum herum kommst. Aber auch hier nochmal ein paar Zahlen hier mit reinzuwerfen. Wir haben das Thema mentale Gesundheit oft auf dem Papier, hier eben erst gelesen, eine Studie von 2023. Ich will jetzt auch nicht hören, wer hat die Studie bezahlt, von wem ist die Studie und welche Ergebnisse sollte diese Studie bringen. Einfach hier nochmal die Ergebnisse mal in sich wirken lassen. Über 77% der Berufstätigen in den Vereinigten Staaten erleiden und erleben ein Burnout. Selbe Zahlen sind in Europa zu erfassen. Achtsamkeit, Meditation. Über 14% der Erwachsenen in den USA nutzen regelmäßig Meditations-Apps, weil sie aber funktionieren. Aber auch da musst du bezahlen. Ich verstehe halt nicht. Guck mal, hätte ich den Einfluss oder hätten wir den Einfluss, da würde ich, wie der Arnold damals in den 90ern oder wann das war, ein Fitnessprogramm auf die Beine stellen für Kinder, für Heranwachsende, dass die merken, wie wichtig es ist, sich körperlich mal auszulasten, körperliche Arbeit zu betreiben, sei es durch Krafttraining, sei es durch Leichtathletik oder, oder, oder. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Klettern, ihr kennt es euch aus, das, was einem Spaß macht, aber den Körper fördert. Und dahingehend auch eine mentale Fitness, mentale Fitness, den Kindern beizubringen, wie sie sich mit sich selbst auseinandersetzen sollen, dass Reden in Ordnung ist und, und, und. Es ist ein riesengroßes Papier, was man hier alles abhaken kann, wie man da vorgehen kann. Aber auch hier, überlegt euch, wie groß der Markt ist für personalisierte Medizin. Das heißt nicht, ich gehe zum Doktor und bekomme Behandlungsplan XY, sondern hier, wird laut Grandview Research bis 2025, bis nächstes Jahr auf über 3,18 Billionen US-Dollar geschätzt. Ja, das ist bekloppt, ja, wie, wie groß das Volumen hier drin ist, die WHO, ich will jetzt auch nichts über die WHO, behaltet alle eure Meinung gerade für euch, ich lese hier gerade nur Sachen ab, dann kann man sich selber draußen auch mal eine Meinung bilden, was man über die WHO halten will oder nicht, aber hier eine Zahl von der WHO, mehrere Zahlen. Laut der WHO könnten der gezielten Einsatz von Präventionsmaßnahmen weltweit bis zu 80% der Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Typ Diabetes 2 verhindert werden. Let that sink in, ja, und ich meine nicht mit sink das Handwaschbecken, ja, sondern lass das einfach mal sacken, ja, Telemedizin, ein riesengroßes Ding, pflanzenbasierte Ernährung, und ich sage jetzt hier nicht nur Veganismus, ja, als ultimativer Key, ähm, wir brauchen eine gescheite, meiner Meinung nach, eine gescheite Mixtur aus tierischem, pflanzlichen Protein, aber auch hier funktionelle Lebensmittel, funktionelle Lebensmittel, ein riesengroßer Markt, ja, Leute wollen Antioxidantien drin haben, ja, Thema OPC beispielsweise, Thema Probiotika, Thema Ballaststoffe, und hier ist ein Markt von über 275 Milliarden US-Dollar, wo die Leute gemerkt haben, die müssen was machen, um gesund zu bleiben, ja, ähm, also Darmgesundheit, ein riesengroßer Markt, auch hier mit einer, äh, mit einer, äh, ähm, mit einem Forschungsvolumen von knapp 100 Milliarden US-Dollar, was die nächsten Jahre bis 2027 investiert wird, um das Mikrobiom weiter zu erforschen, ja, schon seit jeher kennen wir den Spruch, 80% unseres Immunsystems werden über den Darm gebildet, ja, aber was essen wir, ja, wir essen viel zu viel Zucker, der macht unseren Darm am Arsch, der macht ihn durchlässig, ja, äh, 35 Kilo Zucker, ähm, verzerrt der durchschnittliche Mensch heutzutage im Jahr, äh, vor, keine Ahnung, vor, vor über einem halben Jahrhundert, oder 60 Jahren, 70 Jahren, waren es noch 500 Gramm oder irgendwas im Jahr, ne, also, da sieht man auch, was zivilisatorische Krankheiten angeht, was es da für einen riesen Sprung gab, so, aber ich merke schon, ich, ähm, ähm, auch wieder zu viel, bitteschön. Naja, das ist gut. Ja, das Ding ist halt einfach, wie gesagt, solange man gesund ist, ist das ja alles noch Funfact und da kann man das alles belächeln und kann es wegignorieren und es ist ja alles Quatsch, aber sobald man Krankheiten hat, äh, kann man halt nichts mehr wegignorieren und es ist es halt nimmer Quatsch und das Ding ist, ich merke, dass in den letzten Jahren das Thema Krankheit, Allergie wirklich enorm zugenommen hat, dass, äh, wirklich gefühlt Kinder auf die Welt kommen, direkt mit Allergien, kenne ich so aus meiner Kindheit auch nicht, ich meine, klar, da gab es viele Dinge noch nicht, ich hatte wahrscheinlich schon immer eine Laktose, also nicht wahrscheinlich, ich hatte schon immer eine Laktoseintoleranz, sowas kannte man halt zu meiner Kindheit nicht, aber, ähm, keine Ahnung, da kommen Kinder auf die Welt, die, ähm, bekommen im Säuglingalter schon Diabetes zum Teil, Das ist, weil das Immunsystem schon überbelastet auf die Welt kommt, also es ist wirklich eine Katastrophe und dann, dann frägt man sich, ja, aber woher kommt es denn alles und überhaupt, das ist einfach, weil, wie gesagt, solange man gesund ist, macht man sich keine Sorgen drum, aber ihr müsst halt einfach mal überlegen, es fängt wirklich schon morgens an, bei den Produkten, die ihr benutzt, um euren Körper zu pflegen, egal, ob das eure Zahncreme ist, euer Deo, ob das euer Shampoo ist, eure Spülung, euer Duschgel, dann, dann, dann höre ich immer die Leute so, ach, aber mein Duschgel, das muss gut riechen und nach Parfum und sonst was, ja, aber die Haut ist unser größtes Organ und wir nehmen diesen ganzen Schrott, dann einfach, unsere Organe nehmen ja diesen ganzen Schrott dann irgendwo auch auf, ne, den wir da, also unser Körper arbeitet permanent, um gegen diesen Schrott, den wir aufnehmen, anzukämpfen, also nicht nur, dass wir diesen Schrott auf uns schmieren, wie Domagois sagt, dann essen wir auch noch Schrott, also welche Lebensmittel sind wirklich noch gesund, also wo kann man wirklich noch davon sprechen, dass irgendwo Nährstoffe und Vitalstoffe drin sind, oftmals ist es richtiger, richtiger Müll, den man da schnell zu sich führt, ich kann es ja auch verstehen, der Müll ist ja auch teuer, er ist ja auch günstig, ne, kann man sich ja auch mal fragen, warum ist es so, aber in der Regel kriege ich ein Toastbrot, ja, für, weiß ich nicht, einen Euro oder was, ist halt günstiger, wie wenn ich mir halt beim Bäcker, sage ich mal, ein Dinkelbrot oder bei den Brotpuristen in Speyer mir dann halt ein halbes Punt Brot für 10 Euro kaufen muss oder mir halt ein Brot selber backe, ist halt leider so und viele müssen halt aufs Geld gucken, also wird Schrott, sage ich mal, gegessen, dann atmen wir auch nicht gerade die beste Luft ein, also sage ich mal, es ist halt viel Abgase, die ganzen Industrien pumpen halt auch, sage ich mal, den Dreck in die Luft, dann das Thema Wasser, könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, müsst ihr, also am besten guckt ihr mal unseren Podcast zum Thema Wasser an, den wir aufgenommen haben, weil Wasser ist auch nicht gleich Wasser, also dem muss man sich halt auch bewusst sein und das sind alles Dauerbelastungen, die wir unseren Körper, also wo wir unseren Körper einfach diesem ganzen Zeug aussetzen und dann kommt es ja noch dazu, dass viele von uns natürlich äußerlich auch schön sein wollen, das heißt, da werden Haare gefärbt mit Färbemitteln, die natürlich auch nicht förderlich sind, man macht sich die Nägel mit irgendwelchen Acetonlacken, im schlimmsten Fall oder so, ja, dann wird hier noch, die Wimpern werden geklebt mit irgendwelchen Wimpernklebern, ich schminke mich auch, ihr seht's, dann hat man noch hier irgendwelche Kosmetikprodukte, also es ist wirklich ein Drama, das wir unserem Körper zuführen, wo der wirklich 24 Stunden dafür ankämpfen muss, dass man sich im Prinzip gar nicht wundern muss, warum, ja, wir dann einfach irgendwelche Allergien oder kleine Krankheiten oder Wehwehchen, sage ich mal, entwickeln und das auch immer früher, aber es ist, wie gesagt, für mich sehr erschreckend, dass in der letzten Zeit ziemlich viele Herz, ich glaube gleich mal, Herzerkrankungen mit dazugekommen sind, was ich so in meinem Umfeld höre, oder auch wirklich viele Erkrankungen von Leuten, die eine sportliche Figur haben, sportlich sind, schlank sind, in Anführungszeichen relativ gesund, sage ich mal, aussehen zumindest, also das ist schon erschreckend, also das heißt, wir sind hier auf einem Markt unterwegs, den man nicht ignorieren kann, man kann ihn nicht ignorieren, zum Thema, wie gesagt, dass man einfach die Produkte konsumiert, weil wir haben wirklich Produkte, die von außen und von innen wirken und alles frei von Chemie, aber auch den Sektor, dass man einfach dieses Extra-Geld braucht, gar nicht mal unbedingt für jetzt Urlaub, die schöne Handtasche oder sonst was, sondern einfach, um zu gucken, dass man gesund bleibt, wie viele Menschen unterhalte ich mich, die einfach mental ein Problem haben, also die, ob man das jetzt Mental Breakdown nennt, wie man es seit neuestem nennt, ob Burnout, ob Depression, egal wie man es nennen möchte, aber es gibt so viele Menschen, die einfach in einer, sage ich mal, mentalen Krise stecken und wenn ich mich mit denen unterhalte, die können dann Stunden darüber reden und finden keinen Ausweg, aber auch hier, natürlich kannst du zum Arzt gehen und der gibt dir eine Überweisung zum Therapeut oder zum Psychiater, aber das Ding ist, diese Therapeuten und Psychiater sind so überlaufen, du musst wirklich Glück haben, dort direkt einen zu finden, der einen Termin frei hat und dann in der Regel kriegst du einen Termin in sechs bis acht Wochen, dann musst du erst mal gucken, passt man zusammen und hat der überhaupt, wie gesagt, Kontingent, das ist alles so ein Thema. Dann natürlich kann man in die Klinik gehen, aber die Kliniken sind auch total überfüllt, also das heißt, also bis dahin hat man schon längst den zehnten Nervenzusammenbruch, bis man da Hilfe bekommt, also auch da musst du wieder privatisch drum kümmern, dass du vielleicht mal eine Familienaufstellung machst, eine Reiki-Behandlung, vielleicht mal privat bezahlst, ein Gespräch mit irgendeinem Coach-Therapeut oder wie auch immer du das nennen magst, irgendwelche Meditationen oder so, es gibt eine Million Formen, wo man Menschen einfach helfen kann, mental, aber auch das kostet alles sehr, sehr viel Geld, Leute, kann ich euch sagen, ne? Also, ja, deswegen, man braucht einfach so dieses extra Geld, um sich Gesundheit leisten zu können, muss man leider heutzutage sagen, ne? Ich würde es aber auch schon so ausdrücken, auch in unserem Fall, natürlich kann der eine sagen, ey, ich kann mir ein Studio nicht leisten, ich kann mir die Supplements nicht leisten und ich sage, so wie es ist, mit unserer Lösung quasi, nenn es Lösung, kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja, zu allem, dieser Zutrittsschranke, die du dir hier selber aufgebaut hast, in der du sagst, das ist mir zu teuer, im Endeffekt ist es ja immer nur eine Konsumentscheidung, für was ich mein Geld ausgebe, natürlich immer nur im Rahmen, du kannst deine eigenen Supplements refinanzieren und kannst Geld dazu verdienen, fertig, ja, und vor allem, du kannst mit dem Ganzen auch in deinem Umfeld was Gutes tun, ja, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach, muss jeder supplementieren, muss sich jeder, muss jeder darauf achten, welches Pflegeprodukt er benutzt, sind Aluminiumsalze in dem Deo enthalten, beispielsweise, die nachgewiesen, krebserregend sind, ja, über, über Zeitraum XYZ und so weiter und so fort, also, tu was Gutes, ja, und wie gesagt, ich wäre ein Fan davon, würden da wirklich präventive Programme schon im Kindergarten gestartet werden, im Grundschulalter, und nicht einfach nur darauf gehofft wird, aber vielleicht melden sie sich irgendwo im Dorfverein an, im Stadtverein, ja, warum sind da auch die Zutrittsschranken, sage ich mal, immer so hoch, dass da auch subventioniert, ich bin da, ich sage jetzt einfach mal, subventioniert auch diesen Scheiß, ja, dass die Leute halt eben da auch partizipieren können, ja, weil so ein Verein ist auch unbedingt günstig, da ist auch Kampfsport, private Kampfsportvereine, ja, macht dann so einen Gutschein meinetwegen, weil viele Unternehmen bieten das ja mittlerweile an, so eine Art Gesundheitsgutschein, den sie einmal jährlich auszahlen, wo du dann halt eben für entsprechende Kurse, Fitnessstudios, Sportvereine ausgeben kannst, warum funktioniert das über Firmen, warum funktioniert das, funktioniert das Ganze nicht über, über Bund, ja, und so weiter, und so fort. Und ich meine, das Gute auch bei uns ist natürlich, nicht nur die, wo sagen, ja, ich will mir kein Geld dazu verdienen, aber natürlich gibt es bei uns auch die Chance, einfach zu sagen, man bekommt die Produkte vergünstigt, beziehungsweise man bekommt die Produkte eventuell auch kostenlos, wenn man was dafür tut, also wenn man sich einfach erarbeitet, dass man sie quasi kostenlos hat, und das sollte sich wirklich jeder gönnen, weil wie gesagt, also ohne supplementieren, es ist einfach schwierig, also das geht meiner Meinung nach gar nicht mehr, und das ganze Thema Gesundheit ist ein wichtiges Thema und die Sachen werden einfach wirklich immer teurer, aber oftmals ist es auch so, das muss ich gerade jetzt nochmal kurz sagen, keine Ahnung, Leute gehen sich Wimpern machen für 80 Euro alle vier Wochen, Leute gehen sich Nägel machen für weiß ich nicht, wie viel das kostet, alle vier Wochen, aber wenn es dann darum geht zu sagen, ey, ich gönne mir mal eine Reiki-Behandlung, die kostet halt eine Stunde, 80 Euro, dann ist das viel, oder ich gehe in die Massage und zahle für die Massage, sagen wir mal 80 Euro, dann sagen die Leute, das ist viel, ganz ehrlich, habt ihr schon mal jemand massiert, habt ihr schon mal eine Stunde jemand massiert, habt ihr mal richtig ordentlich reingehauen, dass die Knoten sich lösen, und dann muss man ja immer sagen, dieser Preis, das ist ja, sag ich mal, für denjenigen vor Abzugsteuer, also man muss das Ganze ja auch versteuern, und was bleibt denn dann da an Stundenlohn, sag ich mal, noch hängen, wenn man natürlich auch noch bedenkt, dass ein Raum angemietet werden muss, dass man vielleicht noch natürlich Heizung bezahlt für den Raum, ihr wollt ja auch nicht im Kalten liegen, noch ein Massageöl vielleicht benutzt wird, also das sind alles so Sachen, die muss man sich mal überlegen, da sagt man dann oft, nee, das ist mir zu teuer, aber für andere Dinge, die mehr oder genauso kosten, ist dann das Geld da, also es ist schade, also kümmert euch um eure Gesundheit, das ist mein einzigster Appell einfach. Ich sag immer, was immer geht, so wie es schon der Toni gerappt hat, Feierabendkasten Bier, und die Leute wissen, wo in den Regalen der Whisky steht, das funktioniert gut, aber alles andere ist halt dann wieder Humbug, vor allem Reiki, das ist doch irgendwie sowas, hui, 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 sowas mit, keine Ahnung, ja, also. Das kann ja auch jeder sehen, wie er will, ich will euch da auch nichts aufquatschen, ihr könnt, jeder für sich kann seinen Gesundheitsweg finden, nenne ich es mal, auch seinen Weg finden, wie er sich finanziell verbessert, kommt zu uns, lasst euch beraten, wir haben die weltbesten Produkte, ist einfach so, die Company gibt es seit 45 Jahren, wir haben auch den weltbesten Marketingplan, ist auch so, ich habe einige verglichen, ihr könnt aber auch woanders hingehen, aber bitte geht irgendwo hin, mein Appell ist, geht wohin, supplementiert, guckt, dass ihr irgendwo euch was aufbaut, das ist einfach essentiell. Aber vor allem, bleibt es uns gesund, bleibt es uns stabil, wir hören und sehen uns am Donnerstag wieder zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt, der Pfälzer Stammtisch tagt, der Pfälzer Stammtisch tagt, ja, bis dahin, ciao, bleibt gesund.